Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und wir machen Epoxy Tarts und ich muss gleich vorwegnehmen, es ist nicht wirklich schön geworden. Aber ich wollte es euch zeigen, weil ich es irgendwie so ein bisschen ausprobiert habe und es ist leider ein bisschen daneben gegangen. Also dementsprechend, falls ihr nicht so richtig Lust auf einen Fehl habt, dann ist das auch okay, dann könnt ihr auch wegklicken. Wie gesagt, ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil das für mich jetzt irgendwo dann doch wichtig ist, einfach auch für mich selber, dass ich es halt irgendwo festhalte und dass ich es so nicht mehr mache. Und ich habe mir nämlich Luftpolsterfolie in Herzform bestellt. Leider waren das nur so ganz kleine, es gibt es irgendwie nicht in größer, keine Ahnung, also jetzt auch von den Abmaßen her. Aber ich habe es trotzdem ausprobiert. Ich habe jetzt eben hier meine kleine Untersetzerform und eben die größere Form. Mir war die größere Form eigentlich fast noch lieber, aber irgendwie sollte es nicht sein, weil der erste Versuch ist irgendwie so ein bisschen komplett daneben gegangen. Den habe ich auch nicht fertig gemacht. Ich hatte nämlich ursprünglich bei der größeren Form gedacht, okay, ich packe die Luftpolsterfolie in die Mitte und mache darüber dann für die Ränder, weil das nicht komplett die große Form ausgefüllt hat, dann mit, wie nennt sich das, Klarsichtfolie, dann so an den Rändern. Leider ist, mir hätte es wirklich eigentlich klar sein müssen, aber irgendwie dann wieder doch nicht, weil ich dachte, ach, das kriegst du schon wieder raus dann, wenn es fest ist. Und, aber ich habe es wirklich nicht mehr rausbekommen. Das werdet ihr auch sehen. Ich habe es nicht komplett rausgeschnitten, aber wie gesagt, ich wollte es schon mal vorwegnehmen, nur, falls jemand jetzt sich nicht hier die über 20 Minuten antun möchte und dann total enttäuscht ist, will ich es gleich vorwegnehmen. Und es ist, wie gesagt, nicht komplett so geworden, wie ich es mir gewünscht habe, aber es ist letztendlich so, es wird auch nochmal was mit Luftpolsterfolie kommen, aber eben nicht mehr mit den Herzen, sondern mit normalen Luftpolsterfolie. Und, ja, also dementsprechend, da ist das halt relativ schwierig jetzt einfach gewesen. Ja, ich habe jetzt alles so ein bisschen reingemacht und habe es auch wirklich ganz, ganz vorsichtig nur reingedrückt. Aber irgendwie muss es auch im Nachhinein noch so ein bisschen runtergesunken sein und dementsprechend hat es halt nicht ganz so schön funktioniert. Und hier auch bei der größeren Form, da könnte ich es tatsache so ein Stück weit gewesen sein, weil ich eben die Klarsichtfolie, also so eine Frischhaltefolie genommen habe und die dann ja für den Rand halt mir so gut vorgestellt habe. Ich fand die Idee für mich persönlich echt mega, aber nein, leider hat es nicht funktioniert und wie gesagt, auch die Form habe ich so jetzt nicht fertig gemacht. Ich habe es dann nochmal neu probiert und habe dementsprechend dann das Ganze nochmal gemacht und wie gesagt, ich will es nur vorwegnehmen, damit ihr nicht enttäuscht seid, wenn ihr euch jetzt irgendwie 20 Minuten antut und dann irgendwie dann doch nichts war. Genau, hier habe ich es so ein bisschen an den Rand gedrückt. Und wie gesagt, ich muss da irgendwie zu dolle rangekommen sein, das ist ärgerlich und für mich persönlich auch sehr traurig. Hier seht ihr dann auch, wie ich versuche, das Ganze rauszukriegen. Der kleine Untersetzer ging, war jetzt nicht die Welt, aber das ging irgendwie. Ich habe übrigens alles ein bisschen schneller gemacht. Vereinsert habe ich auch ein paar Sachen rausgeschnitten, nur damit ihr euch nicht wundert, weil ich ja sonst immer ganz viel auch drinne lasse. Aber diesmal habe ich wirklich relativ viel eben auch rausgenommen. Weil es eben halt nicht ganz so schön geworden ist, weil ich nicht glaube, dass jemand das nochmal probiert. Und also zumindest nicht mit meinen Fehlern, die ich jetzt so gemacht habe. Aber ich will das mit den Herz-Luftpolster-Folien. Ich mache mir nochmal Gedanken darüber, wie ich es jetzt am besten mache und dann eben überlege. Aber es wird bestimmt noch einen nächsten Versuch geben, weil ich die Idee an sich ganz schön finde mit den Herz-Luftpolster-Folien. Und ich fand ja auch die, ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen mit Luftpolster-Folien und halt eben dann mit größeren Luftpolster-Folien, also wo das gepolsterte größer ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dementsprechend, ja. Ja, hier habt ihr jetzt schon gesehen, ich habe so ein bisschen gestruggelt. Es ging nicht wirklich ab, es war einfach nur doof. Aber gut, das sollte eben, wie gesagt, so nicht sein. Ich habe es dann als nächstes probiert mit der Herz-Luftpolster-Folien nur in die Mitte legen. Und, aber auch das hat nicht so ganz funktioniert, was leider sehr, sehr schade ist. Und, aber ihr werdet das Ergebnis sehen. Es ist, glaube ich, irgendwie, wenn man keine großen Erwartungen hat, denkt man sich, ja, ist okay. Und, aber wie gesagt, das richtig, richtig tolle Ergebnis muss ich euch leider schuldig bleiben. Und, ja, aber wie gesagt, ich wollte es euch gerne trotzdem zeigen, weil ich das irgendwo wichtig finde, dass man eben auch mal die Fehler zeigen darf. Und, genau. Ich freue mich übrigens, dass ihr hier wieder zuschaut. Vielen lieben Dank dafür. Wir sind innerhalb von vier Wochen sind wir 30 Abonnenten, glaube ich, mehr geworden. Da sind auch schon mal ein, zwei wieder gegangen, was übrigens immer in Ordnung ist. Und, wie gesagt, ich mache es für mich, für mich just for fun so ein bisschen. Und da einfach so ein bisschen für mich Sachen auch festzuhalten, Erinnerungen festzuhalten. Das mache ich bei der Musik nicht anders. Jetzt bei meinen Vlogs oder wo ich Urlaubssachen hochgeladen habe eben auch. Weil ich das halt für mich unglaublich schön finde, da jetzt einfach so ein bisschen mir die Erinnerung zu schaffen. Und dadurch euch aber eben auch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Und, ja. Ja, hier seht ihr, nachdem ich ja mit dem Untersetzer gerade nicht ganz zufrieden war, habe ich jetzt einfach dann eine neue Version nochmal versucht, ob es dann besser wird. Und, genau, und wie gesagt, von dem Großen habe ich es dann auch nochmal probiert. Und habe da so ein bisschen dann mich durchgetestet, ein zweites Mal. Ja, hier habe ich es, wie gesagt, jetzt so ein bisschen eben halt schon nochmal probiert. Und, genau, ich labere einfach weiter, damit ihr einfach zugucken könnt. Und, ja, ich habe aktuell, ich werde auch immer wieder noch weggehen. Auch wenn es aktuell auf Arbeit unglaublich stressig ist, ich das gerade so ein bisschen irgendwie versuche zu kompensieren. Ich war jetzt auch wieder singen. Mein Keyboard ist leider gerade, mein Keyboard-Unterricht leider nicht ganz so schön. Aber das ist jetzt auch okay, kann ich jetzt gerade aktuell gut mit leben. Und, aber singen fand ich gestern sehr, sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Ich habe mich jetzt an einen Song von Sarah Connor rangewagt und freue mich da tatsächlich sehr. Und, dass ich das jetzt in Angriff genommen habe. Ihr werdet das Lied wahrscheinlich, wer zumindest so ein paar von Sarah Connor kennt, werdet ihr das Lied bestimmt kennen. Ich versuche das Lied stark zu singen. Ich finde das Lied eben sehr stark. Und sie hat unglaublich schöne Lieder. Ich habe noch zwei andere Lieder, die ich in petto habe. Und, äh, weil ich die wirklich sehr, 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 sehr schön finde. Und, äh, ich taste mich da so ein bisschen durch, aufgrund dessen, weil ich natürlich viel mit der Luft, äh, dann immer sortieren muss. Wie kriege ich am besten die Luft, äh, dass ich halt, äh, Luft hole während des Liedes. Äh, das sind immer so meine größten Baustellen und dass ich halt dann dementsprechend auch den Ton halten kann. Und, ja, dementsprechend. Hier habe ich jetzt den zweiten Versuch, dass ich den halt von der Luftpolsterfolie, ähm, befreien möchte. Hier der kleinere, irgendwie hat es auch da nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne wollte. Es ist, ähm, leicht frustrierend gewesen. Und, äh, ähnlich ist es eben auch hier gewesen. Ich hatte es immer wieder nochmal, wenn es noch nicht komplett ausgehärtet ist, versuchte einfach so ein bisschen das Ganze zu entnehmen. Das hat aber leider auch nicht so funktioniert. Ich brauche also eine andere Taktik und die werde ich finden. Ich habe bisher für alles irgendwie eine Lösung gefunden, damit ich zumindest sehr glücklich damit dann werde. Auch wenn es nicht immer dann die schönste Version ist, aber das war dann eben halt leider dann jetzt erstmal so. Wie gesagt, ganz viele Fails jetzt hier, die ihr jetzt hier seht, ähm, was natürlich schade ist. Hier versuche ich es jetzt ein zweites Mal, das Ganze rauszuholen. Wie gesagt, bei der großen Form kann ich euch schon vorwegnehmen. Ähm, nein, hat leider nicht funktioniert. Hier bei dem Untersetzer hat es relativ gut funktioniert für die Verhältnisse, dass ich halt zum Teil eben nicht ganz so schön zufrieden war. Aber das war dann halt leider so. Es wird noch ein Fehl kommen, ähm, und das ist einfach, weil ich, da habe ich wirklich einfach nur gepennt. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, da muss irgendwie mein Kopf komplett ausgeschaltet gewesen sein. Und, ja, ja, hier jetzt, wie gesagt, bei dem großen, da kann ich euch das schon vorwegnehmen, dass das leider nichts wird mit dem rausnehmen. Deswegen habe ich jetzt dann eben auch den Rest dann weggeschnitten, weil das sah dann nicht mehr schön aus. Nicht feierlich. Ja, mein ursprünglicher Plan war ja auch mit diesen Herzen-Luftpolsterfolie, dass ich dann ein Herz versuche zu bemalen mit den, äh, Chameleonfarben. Ich mag die Chameleonfarben ja übrigens sehr, sehr gerne. Äh, sie sind für mich eine absolute Bereicherung. Und hier habe ich jetzt einfach den Fehler gemacht. Ich habe die Herzen falschrum mir die hingelegt. Also, die Herzen, die gucken irgendwie, glaube ich, nach rechts oder nach links, aber eben halt nicht, äh, so nach oben, wie mein innerer Monk das halt gerne machen wollte. Ich muss also wirklich komplett gepennt haben. Und, äh, dementsprechend, ja. Aber, wie gesagt, äh, das war ein Experiment. Ich wollte es ausprobieren und bin damit so ein bisschen gescheitert. Und, äh, aber wie gesagt, ich wollte es euch gerne zeigen und, ja. Ja, ansonsten, falls ihr Abonnent werden wollt, freue ich mich natürlich. Ich freue mich immer sehr, wenn die Zahl sich ändert. Und, äh, wie gesagt, wir sind jetzt über 700 Abonnenten und ich freue mich darüber tatsächlich sehr, weil ich nicht mal ein paar Abonnenten erwartet habe, weil ich, ich bin kein Profi, ich mache es für mich. Und, äh, eben halt auch das Filmen ist halt immer, ich habe nicht das Equipment, was ich halt vielleicht dafür bräuchte. Ich hätte auch gerne noch mehr Räume, um da einfach mehr mich austoben zu können. Und, aber das soll es so aktuell nicht sein. Vielleicht wird es irgendwann mal, aber aktuell leider nicht. Und das ist in Ordnung so. Und, ähm, ja. Ansonsten, genau, hier habe ich jetzt bei dem Großen, ich habe, wie ihr seht, die Luftpolsterfolie gar nicht abbekommen. Ich habe es versucht mit Messer und allem drum und dran. Also es sah schon rabiat aus, sage ich jetzt mal nett. Dafür habe ich dann eben am Rand erst mal die Farbe eingepinselt und, ähm, habe dann so ein bisschen das Ganze halt voll gegossen. Und, wie gesagt, ich zeige euch natürlich das Ergebnis. Äh, trotzdem, obwohl es eben für mich selber nicht ganz so schön ist, habe da ein paar schöne Farben gefunden, äh, die irgendwie für mich persönlich ganz gut gepasst haben. Und, ähm, wie gesagt, die Chameleon-Farben, ich kann sie einfach nur empfehlen. Sie sind, ähm, sie haben immer so einen schönen Schimmer, außer man möchte lieber nur ganz clean irgendwie immer die Farben haben. Ich bin aber ein Fan von Metallic-Farben, von Chameleon-Farben, die so ein bisschen das Schimmer haben. Ich mag dafür den kompletten Glitzer gar nicht. Ich mag auch dieses, viele machen ja mal in die Untersetzer in der Mitte so ein paar Goldflocken oder ähnliches rein. Das mache ich mal, aber theoretisch für mich jetzt irgendwie auch eine Version, die ich nicht unbedingt brauche. Und, ähm, einfach, weil es für mich jetzt da einfach nicht so schön aussieht. Vielleicht habe ich auch noch nicht den richtigen Weg dazu gefunden. Aber, wie gesagt, ich mag es halt nicht ganz so. Ich habe wunderschöne Glass-Crackles auch. Und ich finde die wirklich auch schön. Aber irgendwie tue ich mich damit ein bisschen schwer. Aber auch da werde ich wunderschöne Sachen finden, die ich damit machen darf und kann. Und, ja, ansonsten, äh, ich weiß, ich sage es immer wieder, äh, schreibt mir gerne rein, wenn ich was für euch ausprobieren soll, damit ihr es vielleicht, äh, dann nochmal im Video seht, was ich für Fehler vielleicht auch gemacht habe, was vielleicht wirklich gut war. Es gibt ja immer ganz viele, die irgendwie zeigen, wie toll doch das Ergebnis ist und sagen, oh, das kann jeder. Und, nein, das kann manchmal nicht jeder. Und das ist dann natürlich immer schade. Und das finde ich auch für alle anderen sehr schade, dass das halt leider nicht so funktioniert. Ich hatte es letztens beim Makramee, ich habe es nicht veröffentlicht, das Video, muss ich dazu sagen, weil ich es nicht gut gefilmt bekommen habe. Und, aber, die Erklärung war gut. Keine Frage. Aber, gekonnt habe ich es deswegen nicht. Leider, leider, nein. Und, ja, hier seht ihr schon, hier mache ich mit so einem leichten Flieder-Pastellton das Ganze. Ich mag den Ton sehr, sehr gerne. Ich habe ja mal vor einer Weile, vor anderthalb, zwei Jahren, den Adventskalender gehabt von Marmelade Science. Und dadurch habe ich immer noch ein paar Farben. Mir sind viele Farben da ausgelaufen. Ich fand dann das nicht so gut. Deswegen habe ich mir den Adventskalender jetzt auch nicht mehr geholt, weil mir das Geldtatsache zu schade war. Sie unglaublich teuer damit auch geworden ist. Ich verstehe, wenn man teurer wird, weil es alles teuer ist. Aber für mich war das nicht wert, weil wenn mir da wieder alle passten und was weiß ich für Farben alle ausgelaufen werden, dann hat man nur die Hälfte, wenn es hochkommt. Und das war es mir nicht wert. Und die Stifte kaufe ich mir alleine. Da war ja wieder dieser Goldstift mit bei. Kann ich mir auch alleine kaufen. Ist jetzt auch nicht das Wahre. Also wie gesagt, für mich war es das nicht wert. Im ersten Jahr war es okay. Es war mal so ein Ausprobieren. Und ja, aber dann eben halt nicht mehr. Ja, hier habe ich übrigens mit dem Feuerzeug, gehe ich immer drüber, wenn ich das Gefühl habe, da sind noch ein paar Farben, ein paar Luftblasen dann drin. Und dann kommen sie immer auf meinen Tisch hin, wo ich sie hinstelle. Vereinzelte lasse ich sie auch auf dem Tisch. Aber meistens will ich immer noch mal ein bisschen was basteln und trage die dann immer auf den anderen Tisch. Und das funktioniert in der Regel übrigens auch ganz gut. Hier habe ich jetzt das Ergebnis, wie ich es raushole. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne, was ihr sagt, was ihr denkt. Das ist, ich persönlich fand es jetzt nicht ganz so schön. Aber das sollte dann eben halt leider so sein. Und trotzdem fand ich es ganz gut, dass ich es ausprobiert habe. Und wie gesagt, hier habe ich die Luftpolsterfolie drin gelassen bei dem großen. Und dadurch ist das Ergebnis anders als gedacht. Ich finde es trotzdem irgendwie spannend. So, bevor das Video zu Ende ist und ich komplett ausgepackt habe, verabschiede ich mich allerdings schon mal. Und ihr könnt noch weiter beim Auspacken zugucken, das Ergebnis gucken. Wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr denkt. Und ich bin trotzdem ein bisschen traurig, auch wenn es auch vollkommen okay ist, dass ich es jetzt eben so ausprobiert habe. Hier wie gesagt, die Herzen sind leider falsch rum. Und genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann! Bis dann!